Oh ne, das rollen kann ich jetzt definitiv nicht. Also eher das R-Rollen. Was ist denn? Ich komme gerade aus der Kantine. Und? Karuto hat die Deko immer noch nicht abgenommen. Ich kann ihn so oft fragen, wie ich will, aber er tut so, als höre er nicht. Haha, er ist so stolz auf seine Dekoration. Sie abzunehmen, würde ihm wahrscheinlich das Herz brechen. Ich weiß, deswegen traue ich mich auch nicht, ihn nochmal zu fragen. Es bringt sowas wie Fabel, Saki und ich. Würdest du nicht schon wieder die Spielverderung sein müssen? Ich erinnere mich noch, wie viele Beschwerden laut wurden, als du beim Bündnisfestival den Kindern verboten hast, die Pärchen weiter mit... was? Umbra-Reis zu bewerfen. Der war aber schädlich für die meisten unserer geflügelten Gefährten. Ich weiß. Aber erklär denen das mal. Das ist wie... Duktonen mit Brot zu füttern. Die wenigsten Leute wissen, dass sie daran sterben können. Ähm, ich will ein Duktonen haben, egal was es ist. Das klingt witzig. Ja. Also möchtest du, dass ich mich der Sache annehme? Wann es dir nichts ausmacht? Kein Problem. Aber ich werde vermutlich etwas Hilfe brauchen. Daher... Soweit ich weiß, wurden Alaya und Yersinia heute noch keiner Mission zugeteilt. Frag doch sie. Oh, gute Idee. Danke. Perfekt. Perfekt. So kann ich etwas Zeit mit der Sinina verbringen. Er denkt keine einzelnen Sekunden an Alaya. Das arme Mädchen. Wo stecke ich denn? Wo habe ich mich versteckt? Bestimmt hat sie ein super tolles Geschenk, wo ich mich selbst nicht finde. Das wäre großartig. Huch. Ey, das ist ja wirklich hübsch. Warum will Miko überhaupt, dass sie das abnimmt? Äh, dass die das abnehmen. Ich meine, ich glaube nicht, dass das schädlich ist für die geflügelten Gefährten. Wo stecke ich denn? Wohl, es wäre nicht so schlimm, wenn ich mich nicht finde. Andererseits würde ich diese Episode wohl nicht beenden. Hm, was ist jetzt schlimmer? Hä? Bin ich denn? Wollt ich da schon drin? Ob ich in Leifthons Zimmer bin? Aha. Ich glaube, dann wäre... Da wäre alles verloren. Ich schaue mal draußen. Vielleicht bin ich ja. Oh. Äh, Leifthon, du siehst so verloren aus. Was ist los? Alles gut, keine Sorge. Ich bin lediglich auf der Suche nach ihr, Senja. Die habe ich heute noch nicht gesehen. Was willst du denn von ihr? Dass sie auch immer so neugierig sein muss. Sie soll mir bei etwas helfen. Ich kann dir auch helfen, wenn du willst. Ich habe nichts zu tun und langweile mich. Nein, wird schon gehen. Zwei Leute sind mehr als genug für diese Aufgabe. Aber danke. Na gut. Armes mehr Jungfrauending. Put, put. Ich gehe mal zum Strand. Vielleicht gammel ich ja am Strand. La la la. Leifthon, tu mir einen Gefallen. Geh da rein. Und da trink. Okay. Ich meine ja nur. Hä? Wo bin ich denn? Achso, wahrscheinlich jetzt, wo ich Alaya gefunden habe, finde ich mich... Finde ich mich selbst jetzt im Haikyo. Wetten... Oh. Cool. Entschuldige kurz. Hast du vielleicht jetzt in irgendwo gesehen? Bist du dann endlich so weit? Hä? Du fragst sie, ob sie es mit dir versuchen will? Nein. Sie soll mir bei einem Projekt helfen. Aha. Das ist ihr Alarm. Hast du vor, ihr irgendwann zu sagen, dass du auf sie stehst? Weil, mal ganz im Ernst. Das wird langsam echt peinlich. Und du? Hast du vor, irgendwann was zu Karin zu sagen? Karin ist nur eine Freundin. Das ist völlig... Was völlig andere ist. Ich, äh... Ich. Na siehst du. Und ich würde dich bitten, mich nie wieder auf dieses Thema anzusprechen. Habe ich mich klar ausgedrückt. Ich feier Krooom! Krooom, ich liebe dich! Ich, äh... Sorry. Ich wollte dir nicht zu nahe treten. Aber um deine Frage zu beantworten. Nein. Ich habe sie nicht gesehen. Danke. Was hat mich bloß dazu geritten... Was hat mich bloß geritten, dass ich ihm von meinen Gefühlen für Jesinje erzählt habe? Seit der Geschichte bei den Covers kommt er immer wieder damit an. Genau, Leifton. Was hat dich bloß dazu geritten? Du magst Krooom doch nicht mal. Also glaube ich. Auch meine Nase juckt so tierisch. Das ist so schlimm. Ich kann mich gerade überhaupt nicht vorstellen, wie die da wahrscheinlich in ihrem Zimmer, also im Leifton Zimmer sitzen, hocken und Leifton so spielt mit seinen Fingern und eine T-C-Krooom. Oh mein Gott, ich habe mich so in den ersten Weg, wir sind vom Schicksal bestimmt zusammen zu sein. Oh, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Wieso? Warte mal. Achso, die Kleidung von Karin habe ich ja noch gar nicht. Komm auf jeden Fall sofort zu mir, wenn du Schmerzen in der Brust gegen hast. Eveline, sag dir doch, mir geht's blendend. In der Brustgegend? Knoten? Ist sie jetzt auch noch Gynäkologin? Die kümmern sich doch auch um die Brust, oder? Ich will dich keineswegs bemuttern. Aber ich wäre nur ungern schuld an deinem Tod. Achso, Brustgegend mit dem Herz. Okay, ich war jetzt etwas sehr brustlastig. Warte. Ja, versprochen. Jetzt hör auf, mich zu bemuttern. Ja. Ihr macht doch nur Spaß. Ich weiß, dass du nur mein Bestes willst. Bestimmt reden die beiden über diese Symptome, die infolge ihres Beinahe Erdrehens bei Yersinia auftreten können. Ich find's cool, dass die endlich mal die Haare in Ordnung gebracht haben. Normalerweise, äh, passt das ja nie mit den Haaren. Schön, dann geh ich jetzt, aber pass auf, gut auf dich auf, versprochen. Yersinia entdeckte mich und hob grüßend die Hand. Leiften? Was machst du denn hier? Ich war auf der Suche nach jemandem, der mir niederweise zur Hand gehen könnte. Worum geht es denn bei der Mission? Es ist nicht wirklich eine Mission, eher eine gute Tat. Und worin soll die gute Tat bestehen? Ich brauche jemanden, der mir hilft, all die Deko abzunehmen, die Karuto in der Küche eingebracht hat. Ach ja, stimmt, die hat er einfach hängen lassen. Er ist doch so stolz auf seine Deko. Wird sie ihm wirklich das Herz brechen? Sian, sie bringt exakt die gleichen Einwände wie Miko. Großartig, die beiden sind so grundverschieden und denken doch... Äh, äh, und denken... Und doch denken sie das Gleiche. Mir bleibt da leider keine Wahl, weißt du. Manchmal muss man eben den Bösen spielen. Was ist nun? Hilfst du mir? Nein! Fick dich, Yersinia! Na sicher! Na los, kümmern wir uns mal um diese Deko. Muss man manchmal den Bösen spielen, ich glaub's nicht. Warte hier kurz auf mich. Damals kannte ich doch noch nicht so gut. Und obwohl wir uns in der Zeit danach sehr viel näher kommen sollten, wollte ich dir ein perfektes Bild von mir vermitteln. Das eines ernsthaften Hilfsberetten, aber im Bedarfsfall auch durchsetzungsfähigen jungen Mannes. Definier mal jung, du bist bestimmt ein paar hundert Jahre schon alt. Das ist ein bisschen zu alt für mich, wenn ich ehrlich bin. To be honest. Kurz gesagt, das eines Mannes, auf den man sich verlassen konnte, aber nicht verlassen will. Äh, Leifthin! Die Kleine! Was? Was wird euch zu euch zu mir? Ich glaube, du ahnst das bereits. Aber Miko hat gesagt, ich dürfte sie noch eine Weile eng lassen. Sie hängt doch jetzt schon lange genug, meinst du nicht? Schon, aber wie mit die Striche über eine der Servierten. Ich konnte mir denken, dass er fängt Ziphus Anwesenheit vermisste. Na gut, wenn es wirklich nötig ist, ich... Ich will das nicht mit ansehen. Ich verließ die Kantine und ich warf hier Seni einen bedauernden Blick zu. Ich fürchte, du hast dir gerade einen Feind gemacht. Ein Feind unter den ganz vielen kommt da auch nicht mehr drauf an. Beziehungsweise ein Feind unter den ganz vielen, die er sich noch machen wird, das kommt da auch nicht mehr drauf an. Könnte sein. Lass uns erst als erstes die Blumen wegräumen. Naften, wo kommen die hin? Ich denke, du könntest einen davon in deinem Zimmer behalten. Hm, das ist keine gute Idee. Ich habe nicht gerade einen grünen Daumen. Dann gehe ich auch nicht. Ach nein? In meiner alten Wohnung hatte ich einen Kaktus, der nach zwei Monaten eingegangen ist. Und von den Pflanzen meiner Mutterfisch kann ich es anfangen. Zwischen Jelly und mir... Was? Zwischen Jelly und mir haben die nie lange überlegt. Jelly? Du redest von meiner Qualle, die in meinem Kleiderschrank hängt? Jenny... Nee, das ist noch Jane. Jenny the Jellyfish. Sie hat es tatsächlich geschafft, an den Kaktus eingehen zu lassen. An den Kaktus, der vielleicht nur einmal im Monat gefühlt Wasser braucht? Selbst mein Kaktus lebt noch. Ich kann bloß keine Blütenpflanzen halten. Die gehen bei mir immer ein. Aber Grünzeug kann ich eigentlich ganz gut halten. Jelly. Der Kater, meine Eltern. Sie haben ihn aufgenommen, kurz bevor ich ausgezogen bin. Wie lange ist das her? Du meinst, bevor ich nach Älteria kam? Ich habe irgendwie hier das Zeitgefühl verloren. Ja, bevor du herkamst. Was schreist du mich so an, Tigi? Einen Monat etwa. Sie haben ihn in einem Karton auf der Straße gefunden. Das arme Ding war noch nicht mal ein feste Nachraumkugnant. Und die Eltern mussten ihn mit der Flasche füttern. Hat der Kater denn niemanden gehört? Stimmt. Mit Gefährten fällt es sich in Älteria ganz anders als auf der Erde. Wir müssen ein Tier nicht erst fangen, um es zu behalten. Naja. Im Prinzip müssen wir es doch... Auf jeden Fall müssen wir es doch irgendwie in die Wohnung bringen, sozusagen, damit wir es behalten können, ne? Aber manchmal kommt da auch noch ganz viel Papierkram hinzu. Das ist bei Gefährten nicht so. Zum ersten Mal, seit wir uns kennengelernt haben, gewährst du mir Einblick in deine Welt und ihre eigentümlichen Gebräuche. Es war ehrlich gesagt erstaunt festzustellen, in wie vielen Dingen wir uns unterschieden. Das erklärte so einiges. Jedenfalls war es eine schöne Geste von den Eltern, dieses Tier bei sich aufzunehmen. Ja, anfangs war meine Mutter noch eher dagegen. Wie eine entfernte Cousine von ihr ist sie auch allergisch auf Katzenhaare. Aber mein Vater ist ihm vom ersten Moment an verfallen. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie er erst auf die Gefährten in Eldaria reagieren würde. An den anderen gegenüber ist er immer sehr streng, aber bei Tieren wird er einfach weich. Aber er will, oder nicht? So ist es ein Zeichen großer Güte. Denke ich auch. Während wir weiter nebenbei die Deku verräumten, entdeckte ich zahlreiche neue Seiten an dir. Und jede davon war strahlend, bezaubert und witzig. Ich koste. Wir waren noch nicht sehr vertraut miteinander und ich spürte, dass du mir gegenüber noch etwas verhalten warst. Vermutlich aufgrund meiner hohen Stellung in der Garde. Aber ich war zuversichtlich, dass wir uns in die richtige Richtung gewegten. Ich kotze noch mehr. Ich weiß noch, wie wir uns damit abgekämpft haben, Karutos Tischdecken zu falten. Hahaha, ich kotze am Strahl. Ähm, wir kamen einfach auf keinen gemeinsamen Nenner. Wenn ich nach rechts falten wollte, wanderst du dich nach links. Das war wirklich zum Haare raufen. Ich kotze die Steigerung von im Strahl. Wie steht es mit dir, Jesenia? Hat dich dieser Tag auch in dein Gedächtnis gebrannt? Hast du den Funken zwischen uns gespürt? Ähm, nein und nein. Sorry, not sorry. Hoffnungsvoll ergriff ich ihre Hand, hoffend, dass sie mir antworten. Dass sie aufwachen und zustimmen würde. Dabei wusste ich nicht so gut, dass das gerade unmöglich war. Ihr Kummer war viel zu tief. Jesenia, ich flehe dich an. Wach auf. Komm wieder zu dir. Eine heftige Gefühlswelle überkam mich. Ich kam mir vor, als hätte ich ihr mein Illestes offen gelegt. Also, das tiefe, schwarze Etwas in seinem Inneren. Vielleicht nur ein Funken Licht drin ist, weil er uns anseht. Toll. Ich bin begeistert. Ob das an den Schuldgefühlen lag, die an mir lagten, oder an diesem kräftezehrenden Ritual? Das sollte sich uns schuldig fühlen. Ich verkoste ein paar Tränen und vergrab mein Gesicht in den Händen. Mit deiner kaum wahrnehmbaren Bewegung kriegst du nach meinen Ärmel. Ich hob den Kopf, erstaunt darüber, dass du im Schlaf nach mir getastet hattest. Ja, ich bin gerade auch ein bisschen erstaunt. Aber wahrscheinlich halte ich dich gerade für Esere. Also, will dich nichts drauf ein. Zärtlich nahm ich deine Hand in meine. Sie war so warm, so voller Lieben. Es beruhigte mich, auch wenn mein Herz beim Anliefer deines schlafenden Körpers fast zerbrach. Ach, hey. Ach, der Bug ist, äh, aufgehoben. Vorsichtig drückte ich einen Kuss auf deinen Handrücken und erneut beschleunigt sich dein Puls. Mein Puls? Wieso mein denn? Wieso meiner? Ich stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Wieso meiner? Kann ich da bitte Veto einlegen? Ich will nicht. Okay, sorry. Für die Layton-Fans. Hier sind ja... Ich liebe dich. Okay. Letztlich ging die Tür auf. Layton? Ich wollte nur... Hm, Layton? Ich wollte nur sehen, ob alles in Ordnung. Ich fuhr erschrocken hoch. Was ist denn los? Stimmt irgendwas mit Yasinia nicht? Sie stürzte auf mich zu und antastet zugleich ihren Puls. Diese Gelegenheit muss sich nutzen. Evelyn darf nicht erahnen, was ich für Yasinia empfinde. Hier geht's gut, keine Sorge. Du hast mir einen Heidenschrecken eingejagt. Als ich dich so über sie gebeugt sah, fragte ich mich wirklich, was du da treibst. Dann fragte ich das weiter. Frag dich das weiter und komm auf ganz doofe Gedanken. Nämlich die wären nur annähernd so realistisch, wie du glaubst. Tut mir leid, die Soldatierung muss mich wirklich seltsam geguckt haben. Ich hab gehandelt, ohne nachzudenken. Hä? Yasinia hat wirklich Glück, dass du ihr beistehst. Äh, äh, äh. Du bist ein echter Engel. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Also, was ich da aus meiner Tasse rausgerührt habe, geht. Jetzt rieche ich nach Honig und Milch. Mhh. Will jemand schnuppern? Glückwunsch, du hast folgenden Hintergrund erhalten. Leif ins Zimmer, du findest ihn in deinem Kleiderschank. Yay, ich freu mich. Wieso ne Band? Oh krass, ähm. Ähm. Also, ich hab schon zwischendurch immer mal wieder, äh, Meinungen gelesen zu dem Spin-Off, weil ich hatte jetzt nicht so, äh, Angst davor, mich zu spoilern. Und da hab ich schon gelesen, dass das schon etwas abrupt endet. Und tatsächlich ist das schon abrupt. Also nicht, dass es, ich bin jetzt nicht enttäuscht darüber, dass es so abrupt endet. Ich bin eher enttäuscht darüber, dass das heißt, dass es ein zweites Spin-Off zu der Hälften geben könnte. Weil das ist ja irgendwie nur erst die Hälfte gewesen. Von den ganzen Episoden, was er davon denkt und so weiter. Wann mal. Just a minute. Wann mal. Wann, wir waren jetzt bis... Wir waren nur bis Episode 11. Oder Episode 11, 12. Weil wir haben sie ja schon verabschiedet und eine andere Mission gehabt. Also 12 eventuell. Irgendwo hier dazwischen auf jeden Fall. Und da ist ja so viel passiert danach. Irgendwie, dass bei den... Im Balenvia... Der Kuss mit dem Trank und so weiter. Was... Dann muss er ja... Dann... Ich hab irgendwo gelesen, dass er... Selbst das, äh... Befürwortet hat mit dem Trank. Dass wir den Trank trinken sollen. Aber das kann nicht sein. Klar, dass er will ja, dass wir alles andere vergessen. Aber er will ja nicht, dass wir leiden eigentlich. Das muss man ihm ja zugute halten. Das Einzige, was man ihm zugute halten kann. Er will nicht, dass wir leiden. So. Da kann ich nicht vorstellen, dass er das hier... Befürwortet hat. Im Gegenteil. Da steht... Gibt es... Wenn Ezreal da auf Platz 1 der Abschutzenliste stand, dann hat er damit einen Premium-Platz-VIP-Ticket... Was weiß ich alles bekommen. Und dann... Was kam denn noch? Was... Ja, hier, ähm... Nicht das. Dann kam noch der zweite Kuss, wo er dann ja irgendwo, keine Ahnung, hier meinte. Ihr habt euch geküsst. Bla, bla. Weil er ja richtig, äh, furchtbar... Eifersüchtig war. Und... Mal, was wollte ich sagen? Achso, ja, irgendwo hier... Irgendwo hier in diesem... Nee, irgendwo hier. Hier? Hier oder hier? Ach nee, das kann ja gar nicht sein. Das ist ja nach Episode... Mal, was... Anfang 19 gewesen? Die Ende? 19 wurden wir ja angegriffen. Also, das Spin-Off hat ja da gespielt, wo wir... niedergestochen worden sind. Einen Moment. Okay, ähm, sorry. Das musste kurz sein. Äh, wo war ich? Achso, ich war irgendwo... Da, wo die... Das Spin-Off ja irgendwo da spielt. Wo... Er hat... Das sind ja Rückblicke, Flashbacks. So, und das spielt ja... Wo wir niedergestochen worden sind. Von der Tilly. Das heißt... Nach 19... Also, Ende 19 war das, glaube ich. Kann das gar nicht sein. Das... Das kann nicht sein. Also, nehmen wir das hier mal weg. Ich halte jetzt gerade meine Hand davor, um das abzudenken. Oh, ich bin so ein Trottel manchmal. Ähm... Aber irgendwo am Anfang von... 19... Oder so war das doch, wo wir mit dem... Wo wir mit dem Orakel gesprochen hatten. Und da wäre es doch auch nochmal interessant zu wissen, eigentlich... Was... Ähm... Was Leifton... Nachdem wir jetzt noch closer mit ihm sind. Wieder willen. Ähm... Was er davon denkt, dass das Orakel uns nach wie vor von ihm warnt. Und dass wir ja bereits... Dass wir auch wissen, wovor... Ähm... Das Orakel uns warnt. Dass wir wissen, dass das ein Dämon ist. Das wäre eigentlich nochmal interessant zu wissen. Muss nicht zwingend sein, weil ich hab jetzt fast das ganze Spin-Off übergeleidet. Mental. Naja, körperlich hab ich auch geleidet, aber das war... Äh... Mal nicht das Leifton's Schuld. Ja. Also da, wo es ja erst richtig, wo wirklich heiß hergeht. Äh... Das klang jetzt falsch, aber so richtig, ähm... Halt spannend wird und so weiter. Diese ganzen großen Sachen. Da... Das wär eigentlich noch mehr interessant gewesen, was... Was denn da passiert. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang das Spin-Off war, weil ich ja so oft unterbrechen musste, aus Zeitgründen und auch wegen Krankheitsfall jetzt und so. Kann ich gar nicht so genau sagen, wie lang das jetzt war. Aber da ich ja, glaub ich, nur so auf höchstens fünf Parts komme, irgendwie hab ich ein bisschen zu wenig Material für zwei Parts, aber zu viel für ein Part, muss ich mal sehen, wie ich das dann geregelt habe. Ähm... Muss die Episode... Muss der Spin-Off recht kurz gewesen sein, weil ich hab ja noch richtig viel dazwischen gequatscht und so weiter. Also noch mehr als sonst. Also da hätte man schon was machen können, aber wenn man alles gemacht hätte bis... Bis 19... Dann wär's wahrscheinlich zu viel geworden, weil... Das... Das ist ja wie so ne... Wie so ne ansteigende, äh... Kurve. Die Spannung und was da alles passiert. Wo man mehr darüber denken kann, das ist bestimmt richtig schwierig zu machen. Aber ich fürchte mich tatsächlich wirklich davor, dass noch ein zweiter Teil kommen könnte. Aber ich muss das jetzt mal hier... Ändern. Bevor ich... ...einen Fehler begehe in der nächsten Episode. Hm. War das geplant? Hat Leifton und... Hat Leifton und... Hat Leifton und Ashgore... Äh... Dazu aufgefordert, das zu machen? Weil da hatten sie sich ja irgendwie getroffen und... Ähm... Hier... Leifton hat uns gegenüber dann einen Auf-Nacht-Wanderer getan. So als Lorie-Ralette und so. Aber ich glaube, die hatten sich getroffen und was besprochen. Aber er hatte uns ja nicht erwartet. Andererseits hat er ja mit Steinen an unser Fenster geworfen, bevor wir rausgegangen sind. Bevor wir Leifton getroffen haben. Das wiederum könnte doch von ihm verarmert worden sein. Aber ich weiß gar nicht. Wie viel hat denn Ashgore aus... Ähm... Aus eigenem Willen gemacht. Ich mag Ashgore nicht sonderlich, aber... Ich hatte ihn auch nie nicht so, äh... Gehasst. Also habe ich nie sonderlich gehasst. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, was ich von ihm halten soll. Weil ich keinen Plan habe, was er von uns denkt. Also er mag uns nicht, aber... Wie sehr mag er uns nicht? Hm. Dazu seine Gedanken werden tatsächlich auch noch interessant. Was er da denkt. Das hat er ja... Da tröstet er uns ja wegen dem da. Seine Gedanken dazu wären tatsächlich auch interessant. Wo er wirklich dann mal... Seine wahre Seite zeigt. Sag ich jetzt mal. Den Übernachtili. Aber vielleicht wäre es... Würde dann... Je mehr sie vorangehen würden. B-Move und so. Die Creator. Vielleicht würde es zu viel verraten. Vielleicht haben sie absichtlich nicht weiter gemacht. Weil es vielleicht zu viel verraten könnte. Weil sie das nicht mehr richtig verpacken könnten. Dann würde alles, äh... Was sie uns nur noch erzählen könnte. Oh, Jezenja ist so toll. Jezenja. Oh mein Gott. Jezenja. Ähm. Und das wirklich Relevante. Was irgendwie dann... Am interessantesten wäre. Das könnten sie nicht mehr verpacken. Und dann wäre es tatsächlich nur noch langweilig. Nämlich... Wie will schon ein Spin-Off, wo er nur besessen von uns redet. Höhöhöh. So. Ähm. Da hängen die Augen. Ja, ohne Flachs. Das Bild ist schön, okay? Ich gebe es ja zu. Ne, das ist wirklich schön. Ich mag das. Und wir sehen mal wieder aus wie eine richtige Prinzessin. Während unsere... Äh. Unsere... Ich weiß gar nicht... Ich weiß immer noch nicht, wie das heißt. Halt das, was wir in der Episode gesehen haben von uns. Das... Ich bin auf... Die sieht so kindlich und blöd aus. Während wir immer auf den Bildern aussehen wie eine richtige Prinzessin. Verstehe ich nicht. Was ist denn hier falsch gelaufen? So... Ist das normal? Ja, es sieht gut aus. Okay. Hm. Ich weiß auch nicht, was ich noch dazu sagen soll. Also mir hat es teilweise mental wirklich wehgetan. Ist klar. War aber auch so zu erwarten. Ibiayay für die Layton-Fans oder so. Ich freue mich. Ich habe jetzt... Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt wirklich was Neues erfahren habe, als dass Ashkorn nicht aus freien Stücken so zu uns war, wie er halt zu uns war. So. Das macht ihn jetzt ein bisschen mehr creepy für mich. Ich habe tatsächlich mehr Fragen jetzt über Ashkorn als vorher. Über Layton habe ich genauso wenig Fragen wie vorher, weil er mich einfach nicht interessiert. Okay, toll. Okay, mich würde schon interessieren, warum er so handelt, wie er jetzt ist. Also was wirklich dann ein richtiger Beweggrund ist. Das war es aber auch. Aber auch nicht nur so wirklich das richtige Interesse, sondern einfach, weil ich neugierig bin und meine neugierige Natur es verlangt. Zu wissen, wieso, weshalb, warum. Wenn ich frag' mich doch und so. Ich hätte gerne einen Spin-Off zu Lance, aber was soll man da schon machen, ohne zu spoilern? Was ich gut finde aber bei Layton ist, dass er anscheinend nicht alle hasst. Das war... Das hat mich tatsächlich schon überrascht. Ich weiß gar nicht, wen er hasst. Er hasst die Menschen aus Gründen, die ich nicht verstehe. Und er hasst anscheinend das Haikyuu und die Garde, aber ein paar in dieser Garde halt nicht. Eveline zum Beispiel und Kero und die Kinder im Refugium, die hasst er nicht. Keine Ahnung, was es für ein Kriterium abverlangt, von ihm nicht gehasst zu werden. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das wissen will. Scheinbar... Äh, jetzt willst du... Äh, aber ich guck' gerade tatsächlich meine Guardianne an. Alle gucken hier so echt... Äh, äh, echt, was sag ich schon. Layton, ich guck' hier so die, ähm, Guardianne an. Für die würde ich ja fast schon gay werden. Guck mal, wie hübsch sie ist. Guck mal. Guck mal. Guck mal, wie hübsch. Oh mein Gott. Ich guck' die ganze Zeit nur auf meine Guardianne. Wann zu glauben? Ähm. Ja, eigentlich zögere ich das jetzt auch nur noch heraus. Wahrscheinlich, damit ich das in zwei Parts schneiden kann. Hm, ich bin ein Fuchs. Ich wollte euch noch mal was Witziges zeigen, oder? Am Sommer-Event. Da ist das Bild. Da ist ein Zeichenfehler drin. Findet ihr ihn? Ich fühl mich die ganze Zeit getriggert von diesem Bild, weil ich das als Sperrbildschirm habe. Da ist aber ein Zeichenfehler drin. Ziemlich mittig das Bild ist. Findet ihr ihn? Auflösung in drei. Zwei. Eins. Zähl mal die Finger hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und dann kommt noch der Daumen. Sechs. Also, er hat sechs Finger an der rechten Hand. Cool, wa? Bester Zeichenfehler. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, wie viel Mana haben wir denn verbraucht? Macht der Gewohnheit. Achso, 200 haben wir verbraucht, wegen dem Langometer. Hier gibt es nichts. Also, für alle, die es noch interessiert, ich werde nicht, also sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich nicht, dass die den Möncheneffekt spielen. Sehr wahrscheinlich nicht. Dafür fehlt mir erstens ein bisschen an Gold. 21 fehlt mir dafür. Und zweitens kann es sehr wahrscheinlich sein, dass ich den nächsten Spin-Offs spielen will. Und dafür würde ich so oder so wahrscheinlich Geld reinstecken müssen. Und das hier interessiert mich tatsächlich nicht so sehr. Also, ich mag Chrom und so weiter, aber ich spreche mich nicht so sehr an, dass ich das auch spielen will. Also, lasse ich es auch. Ja. Ja. Ich merke mir das auch nicht so sagen. Eigentlich sollte ich auch jetzt meine Stimme schon, weil mein Hals kratzt einfach schon wieder. So, demnächst. Warte mal. Welchen haben wir heute? Den 17. Das könnte tatsächlich schon... Morgen. Also, der Part hier wird schon draußen sein. Also, könnte schon sein, dass die neue Episode rausgekommen ist. 21. Also, entweder diesen Dienstag. Also, den 18. Oder den Dienstag da drauf. Weil die Episoden kommen immer dienstags. Lassen wir uns mal überraschen. Ich hoffe, meine Stimme fuckt mich bis dahin nicht mehr ab. Oder meine Nase. Oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall sehen wir uns dann wahrscheinlich nicht in allzu ferner Zukunft. Oh mein Gott, mir fehlt gerade ein, dass ich die 500 Abonnenten-Marke geknackt habe, haben müsse, oder? Oder auf jeden Fall ganz kurz, ups. Oder jedenfalls ganz kurz davor sein. Oh mein Gott, ich müsste ein Abonnenten-Special machen. Aber ich habe kein Problem, was ich machen soll. Also, mir stehen da auch nicht so viele Möglichkeiten zur Hand. Ich habe kein Mega-Equipment, wo ich, was weiß ich, Pulli-Pulli machen könnte. Eine Wurmtour will ich nicht machen. Ich zeige euch doch nicht, wie ich wohne. Hallo. Diese Zoom-I-Go unordentlich. Außerdem Privatfiero und so. Ich könnte PUBG spielen. Auf meinem Handy. Und aufnehmen. Auf meinem Handy. Aber hallo? Oh mein Handy-Game aufnehmen? Das ist doch auch ein bisschen lau, oder? Fragen beantworten ist unkreativ. Ich könnte auch einfach so tun, als hätte ich es nicht mitbekommen, die 500 zu knacken. Und ich... Lass uns einfach so. Hab ich nicht gesehen. Erst ein Abonnenten-Special, wenn ich 10.000 habe. Nein, Spaß. Vielleicht hänge ich das jetzt auch einfach nicht groß an die Glocke. Ich bin natürlich über jeden super duper deutlich dankbar, aber... Ich hab einfach nicht die Bitte dazu, megakrass was zu machen. Also entschuldige mich bitte. Bitte nicht hauen. Bitte nicht zu sehr. Wir könnten mit Essen nach mir werfen. Hunger habe ich eigentlich immer. Aber keine Tomaten. Ich mag keine Tomaten. Na ja, ähm... Auf jeden Fall sehen wir uns dann sehr bald wahrscheinlich zur nächsten Episode von Eldaria. Bis dahin. Bleib gesund. Weil krank sein ist scheiße. Stellt keine... Kein Blödsinn an. Auf jeden Fall nicht mehr als sonst. Und ciao. Ich geh nicht zu Hotmail. Bis dann. Auf jeden Fall. chneimal.